Servus Leute, ich bin wieder weg am Start für euch. Ja, wir haben nun endlich die 2K-Abonnenten geschafft. Ja, danke dafür Leute, danke, danke. Ja, reicht jetzt, reicht auch wieder. Reicht, Ruhe Mann! Gut, so, fangen wir gleich an. Ja, ich habe jetzt die 2K und ich habe mir gedacht, was bringst du als 2K-Special und so. Ich habe mir da schon was überlegt, aber als allererstes habe ich hier einen richtig Special-Guest für euch Leute. Wahrscheinlich kennt ihn keiner von euch, aber das ist echt mein langjähriger Freund und ich hoffe, er gefällt euch. Also er will jetzt auch mit mir YouTube durchstarten. Wenn ihr auf jeden Fall mehr Videos sehen wollt mit uns beiden, dann gebt schon mal ein Like. Ich stelle euch aber jetzt diesen Gast vor. Normalerweise mache ich ja keinen Trommelwirbel, aber bei dem Gast Leute, bei dem muss es einfach sein Leute. Also schnallt euch an und... Ja Leute. Das ist Manfred. Ich stelle euch ihn mal kurz näher vor, damit ihr ihn auch richtig kennenlernt. Ich hole ihn mal ein bisschen vor. So. Kamera ein bisschen nach unten. Ja Leute, das ist mein Freund Manfred. Und wir kennen uns schon seit ungefähr 10 Jahren oder so. Und... Ja, ich und Manfred, wir wollen jetzt einfach durchstarten mit YouTube. Oder Manfred? Manfred? Manfred! Okay, ich muss zugeben, er ist ein bisschen schüchtern. Also er redet eigentlich nur mit mir, sonst mit keinem. Aber ich denke, das macht euch nicht viel aus. Und ja, ich habe auch ein Namensschild gebastelt, damit ihr wisst, wie er heißt. Dann brauche ich das beim nächsten Mal nicht mehr machen. Und ja, ich habe ein 2K-Special geplant. Das wird, denke ich, die nächsten paar Tage kommen, wenn ihr drauf Bock habt. Also lasst einfach ein Like da, damit ich weiß, ihr habt Bock auf ein 2K-Special. Ich habe da schon richtig was Geiles geplant. Was ich noch ansprechen wollte, war, dass ich nächste Woche oder so wieder eine Snapchat-Folge aufnehmen werde. Also alle, die nicht wissen, wie ich heiße, ich schreibe es jetzt in die Beschreibung. Wahrscheinlich wird es im Video auch irgendwo eingeblendet werden. Und ich weiß noch nicht, wie ich das dann mache. Auf jeden Fall endet mich bei Snapchat und schickt mir dann eure Videos. Aber dazu werde ich noch im nächsten oder übernächsten Video was sagen. Oder Manfred? Manfred, sag jetzt mal was. Manfred! Er will heute einfach nichts sagen. Was ich unbedingt noch ansprechen wollte, mit dem Kanalbanner, ob das mir jemand machen könnte. Also es wäre richtig nice von euch. Ich werde den dann auch in der Beschreibung verlinken. Also wenn der Kanalbanner richtig nice ist. Also ihr könnt euch da schon ein bisschen Mühe geben. Ich würde mich sehr darüber freuen, weil ich persönlich kann keine Kanalbanner erstellen. Deswegen müsst ihr das für mich tun. Wenn ihr mögt natürlich noch. Also das ist jetzt keine Pflicht. Ansonsten war es das für das Video. Lasst ein Like da, wenn ihr mehr Videos sehen wollt mit mir und Manfred. Und wenn ihr Bock habt auf ein 2K-Special. Ansonsten bin ich raus. Manfred, noch irgendwas sagen? Irgendwas? Sag was? Ich will mich jetzt jetzt 200 Likes. Sonst komme ich nicht mehr in deine Scheiß-Video so missgeboren. Was soll das, Manfred? Ja Leute, das war es mit dem Video. Hört einfach nicht auf den Schmarotzer. Manfred hat heute irgendwie, keine Ahnung, ist irgendwie komisch drauf. Ich helfe ihm kurz hoch. Er kann selber nicht aufstehen. Ja Leute, ich und Manfred sagen jetzt Tschau an der Stelle. Eddet mich auf Snapchat und Leute, Kanalbanner, wer mag erstellen. Ich bin raus und Manfred sagt Tschau. Tschau du, Edson. Und Tschau. Peace Leute. Tschau.